Hey Leute, in diesem Video kurz gezeigt, wie ihr ein Archiv mit Winra mit einem Passwort versehen könnt. Und dazu erstellen wir uns eben ein Archiv mit den Beispielbildern wieder. Dann klicken wir hier auf Archiv hinzufügen und hier gehen wir dann oben auf Erweitert und dann auf Passwort festlegen. Dann geben wir da unser Passwort ein, was wir gerne haben möchten. Und ich gebe jetzt einfach mal kurz meinen Namen ein und dann einfach hier auf OK drücken und dann wieder hier auf OK. Und dann wird das Archiv mit einem Passwort erstellt. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier die Dateien ausführen möchten oder uns angucken möchten, wird nach einem Passwort gefragt. Wissen wir dies nicht oder weiß jemand das nicht, dann kann er die Dateien auch nicht angucken. Also könnt ihr euch hier so die Dateien vor unbefugtem Zugriff schützen. Und das war es dann jetzt hier auch schon für dieses Video. Und wenn euch das Video geholfen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und ich würde dann einfach sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.